Ja, aber Arjen anders, da gehen wir mal scheiße. Ach, du freust dich nicht auf die ADL-Busse, ne? Alter, halte Riemen aus Plastik. Ja. Okay. Aber ich muss aus Plastik sein. Ja, leider. Schon mal nett. Schon mal nett. Schon mal nett. Die beiden Bussen und Bahnen führt weiterhin die Pflicht, eine FFB-2-Maske zu tragen. Riesmann. Gut, ist sie auf dem Anruf? Ach, waren Sie. Okay, ganz schön. Haben Sie da. Maske tragen, ich vergesse. Danke. 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 Es wird nicht, bis wir den Meerplatz fahren. Ich hoffe, wir müssen. Wäre geil, aber zeitlich ist es Katastrophe. Ich habe das Koffer. 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 Bisschen umgequillen hier unten, ne? Egal. Jop. Die sind Bergsteine da noch. Gut, dass wir doch das Wettbewerb jetzt haben, weil es sind nur noch 3 die Elfs. Wie stört das denn? Ja, mein Arm tut weh halt wieder. Wo ist das besser? Was ist das? Haha Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020